Hallo liebe Tetscher, das ist Heart of Mine, gemeinsam choreografiert mit Günter Ruhlein, ein leicht fortgeschrittener Tanz, keine Brücke, keine Restarts, 32 Counts. Beginnt mit einem Cross rechts, Point links, hinterkreuzen, Point rechts, ein Cross shuffle, jetzt über rechts, eine Vierteldrehung und links zurück, eine Vierteldrehung und rechts zur Seite. Weiter geht's mit einem Cross, Rock links schließen, Key Ground zur Seite, Behind Side, Cross rechts ist vorne, ein Touch links neben rechts, eine Achteldrehung mit einem Kick links. Nächsten Acht, ein Cold Step Step, Step Turn über links, Gewicht ist links, ein modifizierter Charleston Step, rechts vor, ein kleiner Kick links zurück, ein Touch rechts neben links. Die letzten Acht, ein Triple Step vor, eine Step Turn über rechts, weiter drehen über rechts, halbe Drehung und links zurück, halbe Drehung und rechts vor, Ende mit Kick schließen, Point rechts und von vorne. Das Ganze gezählt, eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs, drehen auf sieben, acht, Cross roll, eins, zwei und der E-Brain, drei, vier, fünf und sechs, sieben, Kick, acht. Eins und zwei, drei, vier, gehen oder drehen, fünf, sechs, sieben und acht. Das ist Hard of Mine, danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Tanzen, Tschüss, Baba.